Du, Andi, du bist das erste Mal bei mir zu Hause und wundert dich nicht, der Papa, der ist nicht so gesprächig. Das ist okay, das ist alles cool. Das ist Andreas Caibica und Casamo. Servus. Komm schon rein. Mach dich dumm zu, ja? Was war das jetzt? Du hättest die Hand nicht küssen sollen. Ja, du hast mir nichts gesagt, nur auf die Stirn legen. Komm jetzt rein. Anna, wie geht's? Hallo Mutti. Habt ihr euch schon geessen? Haben wir, komm mal rein damit. Okay, macht doch nichts, ich hole euch trotzdem essen, ja? Groß und stark. Ich hab gar nicht gewusst, was du Anna heißt. Nein, du Blödi. Das heißt bei uns Kind. Ach so, zieh du lustig an. Anna, rieb Kaffee und Haube weg, wir essen gleich. Wieso? Ich mag nicht. Mutti macht das nicht, wir essen nicht mit Kaffee. Ich hab vorhin in der Schule voll geschummelt. Voll weiße, ja? Voll weiße. Tipps, ja? Ist gut, Lise. Danke, Mama. Okay. Aber wirst du, ich hab nur geschummelt und dann hat sie nicht gewusst. Oder Banane. Banane ist gesund, ja? Ist gesund. Zwei, eins, zwei. War nicht gerade gegessen? Ja. Dann hab ich ihm, ich hab hier einfach gefolgt. Willst du Tuck? Tuck ist gut, Lise. Hab ich frisch gekauft? Mh. Auf Magen. Auf Magen, Anna. Mh. Mahlzeit, ja? Mh. 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 Wala. Ganz frisch. Mutti naman. Mh. Mh. Mh.